Und ist auch immer ich! Ich bin gleich tot. Oh! Pfff! Ladies and Gentlemen, Run 3 bei Gunfire Reborn. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Sven und ich gönn uns mal wieder. Level 5. Hast du nur 1 Level mehr als die letzte Folge. Aber mal schauen. Was ist jetzt erwartet? Im Reich des Randomlands. Ich glaub, wir kriegen jetzt richtig auf die Mütze. Nee, Sven. Doch. Jetzt so richtig. Komm. Vor allem, wieso sind wir überhaupt Katzen? Weil wir den Hund noch nicht freigeschaltet haben. Wann gibt's den, ne? Level 30. LOL! Darf wir auch mal 1? Wollen wir Sven? Ja, komm. Dann gehen wir. Einmal kann man hergucken. Einmal kann man... Wir haben einen anderen Raum. Cool. Ähm. Dauer. Oha. So. War das jetzt schon... Nee. Das ist noch einer. Bam, 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 bam. So. Alles klar. Neue Kiste. Was kriegst du? Ähm. Alles klar. Jeder fünfte Schuss ist nochmal 50% mehr Damage. Nice. Hab ich auch. Nice. Genug. G steht für Götten. Da 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 da. T für den Tod und mich. Ah, der stand auch unfair. Der stand unfair. Ja. Ah, die gute Waffe. Nice. Die behalte ich auch bis zum Ende. Einfach auch upgrade. Fertig ist die Sache. Jo. Die Waffe magiert. Oh, die Granaten sind schon... Die Smoker sind schon cool. Schon Gift. Hm. Ich mag die. Auch wenn du nicht so fern davon bist, aber... Ich hätte lieber Feuergranaten. Tatsächlich. Ja, vielleicht ist das ja noch ein Skill oder... ... oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Oha. Kannst du dich kurz abstecken? Ah, alle down. Goodie. So, nächste Gäste. Ähm, was nehm ich denn? Wollen wir charge? Oh. Ich bin auch. Er hat die Orb Damage. Plus 200%... ...but no longer... ...Fließe. Smoker-Netz. Ich kann das jetzt zweimal machen mit eurer Fähigkeit. Das ist geil. Ich nehm... Smoker. Okay. 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 So. Stage 2, meine Damen und Herren. Oben. Uh oh. Ging irgendwie recht schnell, oder? Ja. Mit einer guten Waffe geht es halt nicht schneller. So. Nachladen. Oh, das ist ja nicht sofrieden. So. Next. Ach, dann. Granada D? Perfektor. Angriff. Und Granada rein. Das ist ein schönes Combo. Granada. Was ist so so? Freezen und dann Granada. Ja. Heilung? Ja. Hab ich auch. Ah, wenn es eh nur der Raum ist. Oh. Ist das reingegangen, oder? Oh. Ja. Okay, ich komm. Hehehe, da freust du dich gleich. Wow. Pfff. Ist der easy Sinn. Äh. Ja moin. Ja moin. Sven. Komm her. Uh. Oh shit, Mama. Er tut. Ja, hi. Oh Gott. Ja. Das war glaube ich nicht so eine gute Entscheidung, um in den Raum reinzugehen. Ja, was willst du machen? Das ging nicht. Althalt. Mir fehlt ein so ein Ding, um mich wieder zu beleben. Jaja, mir auch. Oh. Oh shit, Tilly Doodle. Hallo, es ist Hellman. Äh, wir hängen auch noch eine Runde dran. Bis gleich. Weiter geht's. Run 4. Run 4. Run 4. So. Den haben wir. Crossman, das ist ja okay. Und dann sind wir auch noch welche. Schildi, so. Hütte dir einer. Schildi? Was mit dem? Ne, Schildi. 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 Was ist hier eigentlich? Kann man hier auch noch mal durch oder? Achso, kannst du nicht mehr zurück, war? Naja, aber da kann man nicht durch. Das ist halt random, welcher Raum von, von als nächstes aufgeht. Ah, okay. Im letzten Run sind wir einen anderen Weg lang gegangen. Hier sind wir jetzt, müssen wir jetzt diesen Weg geladen. Frist meine Granate! Komm, sterb bitte. Abkommen belastet gerade. Was denn? Die war ein bisschen krass. Ah, Pekipo! Wir werden sie nie in einsatz sehen. Und schon kriegen wir sie. Alles klar. Also ich habe Wohltan bekommen. Ja, cool. Dann krieg ich die gute Waffe. Und ja. Ich habe eine LMG auf jeden Fall. Ähm. Dann machen wir noch einen Aftershock. Auffind ich. Ich mag hier auch. Komm. Machen wir so. Alter, wie das aussieht. Was? So eine kleine Katze und dann mit einer Minigun. Das ist die Jungen. Was hast du gekriegt? Die Wild Hunt? Ja, ist glaube ich nur das Schriften, oder? Mhm. Ja. Vor nur ganz, ganz wenig Schuss. B Servus. mane�� lou hehehe Das liegt noch die Wende. Oder die Argus liegt hier. ich die Wende umgekriegt für die die nacht doch mal das ist für fünf Minuten alter ja was ist ja eigentlich hast du schon aber alter heute war die lmg wo wir die expedition machen oder so weiter ich habe angst vor der expedition da kommen wir gehen jetzt einfach mal so weiter wir machen die nächste gut aber muss sagen dann bis später ich schieße lang ja ich auch was denn wir machen uns doch nicht krassen also nicht krass op zwei dinge element und lightning lightning blast da sehe ich mich scheiße wenn das ist ein grenadier das gekühlt also die waffe ist ja geil ich weiß nicht genau ok jetzt jetzt bin ich zufrieden mit dem run noch ein element ding nicht mehr ja alles klar und noch eins wir sehen wir sehen ist avatar herr dafür wie viele elemente ja ich habe nur drei orbs gekriegt finde ich aber gut zwei länger free und das ist auch geil wenn ich eine rauchgranate einsetzt kriege ich 20 leben also 20 mal hab hier mehr also maximal und 20 hier max schild kriege ich mehr für sechs sekunden das ich habe so viel ich habe so viele elemente ich habe so viele elemente fliegt mir das bestätigen das können wir selber durchlaufen das geht das ist eine granatwörter ist und so ein Ding ich weiß es nicht oder ich will okay das Ding ist immer geil eine Kiste 1 heilen ähm ne ne kriegt Geld damit und verlässer für Leben ich muss 35% oder ne mit upgrading aber auch ne für die alles nicht geil alter wäre wieder angegriffen oh granate du bist auch in der granate stecken ich will ihm wieder alter hehehe ich wollte eigentlich nur was kaufen ja ich hab nichts gekauft fand ich alles scheiße aber du weißt natürlich dass ich was du kriegst upgrading normal inspection ja hast du auf Waffen abgeben ne aber ich kann Waffe upgraden weil ich das jetzt richtig verstehe ja äh ja also gebe 164 Münzen upgrading in normal inscription for lighting also äh ist auch oder ja was recht ich hab ich hab ich auch wieder verlesen oh nice er ist jetzt abgegradet oder was ja okay geil ob sie ob sie sagt ja ich hab ich ja mit eh verdrückt kennst du nicht ja ne ne oh lass mal das Schild weg ich hab die Craftsmann tötet ich hab die Craftsmann für die Craftsmann tötet Ich bin tot. Oh, scheiße. Ja, wir leben wieder. Der Run ist gut. Der Run ist gut. Nein, will ich nicht. Und Gold meine. Nice. Craftsman, was hast du für mich? Ich werde beide Waffen upgraden. Mache ich sogar. Ich habe jetzt gar kein Geld mehr, aber ich habe beide Waffen wieder upgraden. Warte ich auf dich. Ich habe gerade Informationen bekommen. Ja? Ja, wir bestellen heute beim Krieg. Gehst du nicht zum Craftman? War ich schon im Kampf. Ach so. Du hast in dem Moment gekämpft. Also, ich hatte Deckung. Ich habe meine geile Blitzhaffe verstärkt. Einmal mit Teammates arbeiten. Du, ich habe dir voll und ganz vertraut, dass du das schaffst. Ja, ich bin gestorben wegen dir, toll. Wegen mir? Du hättest halt nicht. Ja, ohne Hilfe steht man. Nee, du bist ja krass. Du bist ja hier, Janik, der Superbord. Du hast nur wieder schlechtes gewesen. Lightning Damage plus 40, nämlich. Was hat denn vor? Wie macht das mein? So. Welche Tür sind wir jetzt? Vierte, ne? letzte letzte stage von dem krassen boss wieder alter wie wir die jetzt auseinandernehmen ich gut aber es finde ich geil deswegen nehme ich die nicht ja ich gucke meine aufnahme dann weißt du wieso ich das so gemacht habe weil ich darüber nachgedacht dass er noch mal gegner kommen richtig okay ich bin tot scheiße bist doch da oder ja ja alter aua ja warte ich muss gut warten ich glaube wir in der höhere Position ok, den Schildtyp krieg ich fertig Schild ist down, da ist jetzt noch ein Longbow TV ja so, bist du weg ja, ich glaube wir können weiter, was? die Schweiker, finde ich cool aber, ne okay, die Gegner sind schon gespawnt oh ne, ey aua, aua, aua hier muss man meine andere Waffe jetzt auch machen, ja schönes outdown ja oh, Kavalerie, die ist auch cool, die Waffe aber, ich bleib, ich bin zufrieden gucken wir die Jungen kurz an? ne oh god, noch ne Ebene Achtung, Granate Achtung, Sven ja oh shit, ne Geht's nicht gut, oder? was hast du? ne, mir geht's grad gar nicht gut ich hab, ich hab kein Stück gerade achso aua, aua, aua nein, 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 nein oh, Mann, ey Firetie über dir ist eine Granate weiß nicht, ob der so ein Schotter macht ne aua wieder kein Chill, das ist doch kacke Chill ist gleich schön, steht down oh, Mann, mein Gott noch ein Grenadier scheiße Nachlangen so, ist weg ja über uns, oder hinter uns, hä? vor uns, da war die Granate seine Granate ah, ok oh, Leute, ey nachladen und mag ihr noch mehr, klar warum nicht nein, nicht, hab zwei oh, komm oh, come on so ah, hier sind ach, kacke ich wollte grad sagen, hier sind nicht ganz so viele, aber oh, Mann ist das anstrengend hier ihr seid anstrengend, die bösen Bubis weil das ist aber so viele sein müssen oh, Knopf hinter dir ich hab noch mal auf den anderen hinter mir gedacht alter hoch oh, was okay, ich hab mal gucken, was hier alles rumliegt genau vor Ende kriegen wir zwei Paddler hintereinander ja, das ist belassen halt, ey komm, Kiste, gib mir noch mal, gib mir was schönes kiste, kiste, kiste hmm, but no longer freeze, finde ich wieder doof mehr damage, elementage effect chance ist weniger after using ach so, das ist das mit den sechs Sekunden, was du meintest, dann nämlich Appellate, die, überzeuge mich, your first purchase appellate, das muss kann ich, du, das kostet zwei gucken, naja, was brauche ich denn noch Heilung Big Hippo habe ich hier und Amo voll so, alles klar ich hab kauf mir mal irgendeine Big Hippo hab jetzt Muni voll gemacht und mich einmal geheilt aber reicht natürlich noch nicht aber wir kriegen ja wahrscheinlich noch einen Pendler gleich ja so so hab ich geheilt und alles andere hab ich auch gemacht Muni auch gefüllt boah, nochmal der ob wir den überkriegen ich hoffe es soll erstmal Pendler heilen heilen für gratis die anderen beiden hab ich gemacht jetzt hab ich noch 207 und meine Waffe nochmal abzugreifen meine Hippo Stufe 3 sind beide immerhin beide brauchen die Bleche und so beide nur ein Leben dürfen die sterben aber gute Waffen werden dabei das stimmt ja Okay, nächster Versuch, oh man. Was war denn, jetzt dauerhaft Bewegung, Junge. Dauerhaft Bewegung, Junge. Ich hab schon kein Schild mehr, das ist belastend. Ja, der kommt wieder. Tu es doch für mich. Ist das scheiß Gefolge, das... Ja, immer ist das Gefolge, wenn wir uns mit den goldenen Regeln rauskämpfen. Oh, ist auch immer ich. Gelegt wird. Oh, Mama. Willst du nicht? Das wäre ja nicht für tot. Ich komm da nicht raus. Ich komm da nicht raus, betont. Das ist mega scheiße. Der ist voll scheiße. Das ist mega scheiße. Ich komm da nicht weg. Der Angriff, der finde ich mega scheiße. Das am liebsten. Überlegt man nicht. Du musst ganz... Der ist viel schneller als du, wenn er zu nah an der Run ist, kannst du nicht mehr ausweichen. Ne, das ist dann... Das ist ja der beste Run, aber. Wer hat so geile Waffen, ne? Ja, aber die haben wir jetzt ja freigeschaltet, Sven. So, Hero updaten. Dass ich die Fähigkeit immer schneller nutzen kann. Ah. Habe ich jetzt gemacht, die ganz rechts. Oh, ladies and gentlemen, vielen Dank fürs Einschalten. Das war jetzt die dritte Folge mit zwei Runden. Das schlechteste und das bisher der beste Run. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge, wenn es euch gefällt. Und macht auf jeden Fall Spaß. Haut rein, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.